Hi Freunde, hier ist der Nils. Ja, ich bin hier gerade live auf YouTube und auf Twitch mit Heyday. Also einfach mal reinkommen und ein bisschen hier die Show genießen. Wir spielen dann nachher noch Clash of Clans eine Runde und dann gehen wir rein in Roblox. Also ich freue mich auf euch. Bis gleich. Kommt rein in den Stream.